ja das ist die dax analyse für hammertag mittwoch mittwoch den hammertag guck ob wir den fünften in der reihe hinkriegen mittwoch den 28 juni 2023 haben wir und wir haben sage und schreibe schon vier einmal drin bestehen das heißt es wird langsam peinlich für alle charttechniken charttechnischen lehrbuchautoren die geschrieben haben dass das eine trend umkehr kerze ist direkt nach oben folgt aber das ist ja auch richtig man man lernt ja letztendlich auch in der charttechnik dass wenn man die folge kerze auch die vorherigen jahres bestätigen muss aber das ist schon sehr amüsant also das habe ich kann mich nicht daran erinnern und sowas schon mal gesehen zu haben in der ausprägung dass man wirklich vier von den dingern hinterher hintereinander hat wir hatten gestern darüber gesprochen dass er es eben auch aktivieren muss er muss einfach mal drüber er muss einen wenigstens einen mal überlaufen über 8 85 drüber um ihr wissen lassen in schwung zu bringen und er sollte möglichst nicht unter 77 wegfallen nicht unter 77 87 das war ganz schön grenzwertig ja es war enge kannte der ist direkt am start in die 8 85 schon mal reingegangen hat sich dann warte mal doch ne war so ne er ist direkt vom start hat sich dann unten nochmal schwung geholt auf den bereich auf der 87 77 auch stabilisiert bekommen und wieder zurückgelaufen und dann auch drüber gelegt also insofern würde ich schon sagen die hammer sind aktiviert er hat jetzt eigentlich einen guten vorlauf muss jetzt einfach nur dranbleiben man muss wirklich dranbleiben und hier in das erste geld mal reinarbeiten damit hier ein bisschen klarheit wieder reinkommt ja also 15 99 hier 16 10 das liegt hier so doppelt übereinander dass beides können damit einmal quasi klosen wenn es sich zum mittwoch gut macht und dafür sollte eigentlich so ein bisschen schwächer rein starten darf er das wäre nicht schlimm selbst ich sage muss jetzt wenn das eine 8 50 8 30 wäre wäre das nicht gravierend schlimm aber es würde trotzdem das bild deutlich zerstören ja schöner wäre es wenn er vielleicht keine ahnung gar nicht so tief erst zurückkommt und das bei 8 70 oder sowas belässt 8 85 sich dann wieder auftritt neue tages hoch macht und dann könnte man den mittwoch wirklich hier mal in das erste gelb rein ein bisschen platz geben das wäre so das erste ziel von dort hätte natürlich dann auch wieder rücklaufrisiken im bereich 16.000 sich noch mal nach unten weg zu rappeln wir sehen es hier ist ein kleidender durchschneidet hier sind unterstützung ist ein gap close nächster wichtiger bereich wird dann eben erst hier oben in der zone um 16 100 bis eher 16 1 30 das ist so die zweitwichtige zone nach der zone hier um dieses gap um die 16.000 herum das wären quasi die beiden oberen ziele wenn es unserem dax gelingt sich oberhalb von 15.900 zu halten am mittwoch weiter zu schieben wie gesagt kleiner schwächere start wäre erlaubt aber ganz ehrlich ich will dann auch nicht tiefer als 8 30 mehr sehen dass also gerade auch 800 wenn er auf der 8 30 wieder rumreist wie auf der 77 ok aber eigentlich nicht auch auch unter 800 jetzt das wäre das wäre schon fast ein foul man würde eher weitere tiefs einleiten dass man dann auch noch mal richtung 660 hier hingucken aber wenn wir das rein so vom optischen bild her sehen dann haben wir hier eine volle abwärtsbewegung haben wir diese dreiteiligen überschießende ich sag mal b welle dazwischen wir haben jetzt hier komplett ausgefahrene vollpotenzial ausgeschöpfte bewegungswelle wo jetzt auch das zeitliche der zeitliche ablaufpunkt ich sag mal da ist das heißt mit dem tief hier auch die drei tief das wenn ich auch zurück erinnere an das webinar was wir am sonntag hatten das haben wir genau das auch gesagt hat wenn der da selbst in der morgenanalyse für den montag haben wir das gesagt wenn der hier unten zu hoch zieht und dieses typische bild macht mit den drei tiefs da sieht man so oft dass der dachs danach sich deutlicher wieder erholt und das hat er eben getan und von daher würde ich ihm schon noch ein bisschen platz lassen das heißt um mal von 900 sehe ich hier den wirklich richtung 16.000 und wenn er richtig bock hat dann auch 16.000 bis 130 das sind die nächsten 1 2 anlaufstellen auf der oberseite unten haben wir wie gesagt 830 support 800 wäre auch noch mal aber eher 830 850 885 das sind schöne umkehrpunkte nach oben alles unter acht und würde mir gesagt nicht gefallen wäre ich total vorsichtig würde ich mich mit long mann eher zurückhaltend erst mal abwarten und wenn dann auch noch wieder hier 77 87 nach unten umklappen ich glaube dann kann man schon fast fast richtung 660 shorten und dann eben auch weiter 660 und 55 wenn wenn er da wenn er aus den vier haben man jetzt keine umkehr herausgeformt kriegt also ich glaube dann wird man ihn in der 55 nochmals besuchen dürfen ja merkt kann ich eigentlich gar nicht dazu sagen außer dass es nach einer stabilisierung aussieht und auch nach einem aufdrehen nach oben aber muss da halt auch wirklich liefern das ist ein bisschen zu dünn da immer nur ein hammer daneben zu stellen das ein bisschen zu dünn da muss wirklich mal eine lange grüne kerze auch kommen um dann mal ein bisschen das zu untermalen und zeug dazu hatte aber schauen wir reinkommen ich wünsche spaß viel erfolg gutes gelingen wir hören uns morgen wieder bis dahin tschüss